Ja, Hallihallo liebe Finnland-Freunde und Skandinavien-Fans. Ich bin wieder unterwegs, es ist Sommer und der Auftakt zu meiner Küsten-Finnland-Tour startet heute. Ich bin heute gestartet in der Nähe von Helsinki und mein erstes Ausflugsziel, mein erster Anlaufpunkt entlang der Küste ist der südlichste Ort Finnlands, Hanko. Hanko fände ich persönlich ganz besonders toll, hat viele schöne Strände und einer von denen ist Tulidin Uemaranta, sieht man auch hinter mir an der Tafel. Das hat einfach damit zu tun, dass der Zoll hier in der Nähe ist, weil hier nebenan gleich der Freeport ist und wie das aussieht, das gehe ich einfach mal mit euch ab. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020